Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Ragdolls Playground. Das Game sieht irgendwie voll geil aus. Total, also dieser Grafikstil, ich liebe das. Ziel des Spiels ist es, glaube ich, einfach nur, ins Ziel zu kommen. Oh Gott! Ah, nein! Aua! Okay, wartet, kein Problem. Oh ja! Oh ja! Let's go, Junge! Du schaffst es, zu deinen Kollegen, wie sie, guck mal, wie sie alle tanzen. Wow! Wupp! Und... Jawoll! Erinnert euch dieser Endscreen an irgendwas? Totally accurate Battle Simulator, oder? Okay, Level 2. Ich muss sagen, ich liebe den Stil. Also... Oh! Weil der sieht auch voll cool aus. Ich würde ihn euch gerne zeigen, aber... Ich... Ich... Oh, first try. Bam! Weil der sieht irgendwie... Warum guckst du so... Warum bist du so wütend? Junge, du hast es gerade geschafft. Du solltest glücklich sein. Vielleicht ist das ja auch von den Totally Accurate Battle Simulator, Leuten. Oh, oh, oh. Kann ich auch zu dir? Wupp! 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 Ja, warte mal, dann gehe ich... Wupp! Pssst! Ich lebe noch. Ich bin noch da. Ich trinke den weg. Ja, komm mal her, Brudi. Weg mit dir. Okay. Warte mal. Ich spreche. Ja. Das war schlau. Also, ich glaube tatsächlich, dass das der bessere Weg ist, indem ich einfach meine Freunde opfer. Ui! Ja, sehr gut. Hier kurz warten. Warte, hier so ein bisschen... Wuhu! Bonk! Das ist geil, Mann! Hey, Kollege! Tritt in die Fresse! Let's go! Und dann rein in das Ding! Sehr gut! Also, bis dato Level finde ich geil. Oh, was ist denn jetzt hier los? Hi! Ja, sorry. Ich fahre jetzt einfach hier ein bisschen. So. Wie konnte mich das denn treffen? Muss ich da trotzdem rüberspringen? Ja, jetzt Sprung. Ah ja. Okay. Ich gehe hier ein bisschen... Ja, ja, warte. Warte, ich springe zu dir, Brudi. Keine Sorge. Ich trete dich runter. Sehr gut. Und mache hier den... Let's go! Oh. Oh, wie traurig er guckt. Oh. Nur weil ich ihn umgetreten habe. Ähm. Ich laufe einfach durch. Junge, wie einfach war das denn? Easy... Going? Oh Gott. Oh, da würden wir... Oh, da würden wir jetzt schon... Schlecht. Aua. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich das Level... Oh Gott, hier werde ich Stunden dran sitzen. Junge, wann muss ich denn abspringen? Zack. Hopp. Oh, ja, ja, ja. Sehr gut. Ich laufe einfach. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Ja! Let's go. Das ist eine Mine. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Ja, kleiner Sprung. Tschüss. Ja, au, au, au. Ja, chillig. Ach, Junge. Warum? Warum, Spiel? Warum tust du mir sowas an? Junge, als wäre das eben nicht schon schwer genug gewesen. Macht er jetzt hier einen auf den? Das muss jetzt ja nicht sein. Oh, Alter, was hat das für ein... Alles klar. So, jetzt komm, jetzt bin ich hier aber an der... ...hintersten Kante. Junge, ich werde hier Jahre sitzen. Ja, und rauf da. Oh, sch... Ja, ganz schöner Sprung. Ja, ich... Nein! Mann, ich kann das auch nicht richtig abschätzen. Ah, ha, 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 ha. Jetzt nicht verkacken. Nein! Uuhu. Alter, Miggi Maus ist auch da. Uuhu. Scheiße. Gibt's noch Serien mit Miggi Maus? Ich bekomme von dem nicht mehr viel mit. Komisch. Ja, okay, was war das? Ja. Geiles Ding. Kleiner Spur. So, jetzt bitte, Junge. Bitte. Zack. Ja. Let's go. Ich habe wirklich ein bisschen Angst gehabt, dass ich das nie schaffe. Ah, okay, ich habe da immer so einen kleinen... Zack, ja, 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 ja. Oh ja, das geht. Und zack. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Aber das ist der perfekte Rhythmus. Ohne Witz. Guck mal. Oh ja. Das ist schon gut. Das ist schon gut, so wie ich das. Guck mal. Oh ja. 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 Ich höre auf euch zu nerven. Ich versuche mich einfach... Ja, 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 ja. Und zack. Jetzt ein kleiner Sprung. Einfach gut. Da juckt direkt mein Auge. Werde ich nach oben geschleudert? Oh ja. Das werde ich. Jetzt nach vorne. Ja. Sehr gut. Oh, geiles Ding. Geiles Ding. Zack. Oh ja. Das ist meins. Das ist mein Game. Das ist so ein bisschen... Ein bisschen... Naja, nicht The Dropper. Aber so einen ähnlichen Spielmodus gab es früher bei Minecraft Mario Party auch. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas mit Slime. Oh nein. Hier muss ich springen. Im richtigen Moment. Geronimo. Oh ja. Oh Gott. Und jetzt vor allen Dingen da den richtigen Sprung zu finden. Aha. Uh. Ja. Warte, 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 warte. Ich brauche nochmal. Ich brauche nochmal einen zweiten. Ich brauche nochmal einen zweiten. Oh. Let's go. Über alles drüber. Zack. Und jetzt rein ins Ziel. Ja, 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 ja. Ha, ha, ha. Geil. Oh nein. Die gehen weg. Die fallen runter. Aber. Ich kann danach nicht nochmal springen. Oder muss ich entscheiden, welche. Ah. Manche sind hier fest. Der nicht. Aber er hier. Dann würde ich sagen, der. Äh. Dann geradeaus. Oh ja. Boah. Junge, das werde ich mir nicht merken können. Ihr kennt mich. Aber so, warte mal. Den Anfang kriege ich hin. So, wir gehen nach links. Den einen können wir noch. Den überspringe ich. Oh, das ist gut. Ja. Das. Keine Ahnung, was das war. Nochmal überspringen. Schafft man nicht. Weil es geht komplett kaputt. So, dann mache ich den einfachen Sprung hier hin. Okay. Der bringt gar nichts. Jetzt. Ja, was ist denn, wenn ich hier einfach den nächsten mache? Oh ja. Und dann überspringen. Let's go. Und dann auf der. Ich glaube, der ist gut. Ja, okay. Alles klar. Äh. Was glaubt ihr? Konnte ich mir das jetzt merken? Hier. Überspringen. Hier den nächsten. Hier überspringen. Und nochmal überspringen. Geil. Alter. Und jetzt den da vorne. Ja. Oh, da bin ich auch schon im Ziel. Ich bin der schlauste Mensch. Der wird. Okay. Okay. Kein Grund hier so mit Kanonen zu schießen. Der schießt auf mich. Die zielen. Sag mal, Jungs. Haben die gerade ein bisschen was zerstört? Sag mal, ich sehe hier nichts. Jungs, jetzt mach doch mal. Sag mal, wie soll ich denn hier das? Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und ab nach oben. Jawollo. Oh. Aua. Jetzt nach da vorne. Jetzt nach oben. Und einfach nur ganz weit. Nein. Oh. Okay, alles gut. Hört auf zu schießen. Bitte hört auf zu schießen. Lauf, 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 lauf. Und runter da. Runter. Und weg. Da, da, da. Nein, ich habe in den Kopf gestoßen. Ey, ich war so weit. Warum gibt es nicht mal einen saftigen Checkpoint? Okay. Okay, 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 okay. Wieder. Ja, ja. Hier können wir auch nice abkürzen. Oh ja, diesmal darf ich nicht zu weit nach vorne. Ja, sehr geil. Ich glaube, wir sind... Nein, was ist das denn? Warum wurde ich denn da runter geschossen? Okay, jetzt muss ich hier nochmal... Ja, die Ecken schießen einen weg. So. Jetzt können wir auch hier... Nein. Da stoße ich mir jetzt den Kopf... Egal. Dann gehen wir halt den Weg hier hoch. Zack. Kann doch auch nicht so schwer sein. Zack. Ja, okay. Alles klar. Mann, Alter. Ja, ja, ja. Bitte, 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 bitte. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Und Sprung. Ja, 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 ja. Ja. Oh, ja. Spring. Spring. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin noch... Ich bin noch... Ach, ach, komm. Wir sind noch... Ey, man muss diese Drehung immer so berechnen in seinem Gehirn. Aber mein... Mein Gehirn berechnet das nicht. Mein Gehirn denkt sich... Jetzt. Jetzt. Bitte. Ja. Oh. 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 God damn it. Ich dachte wirklich, dass ich es niemals schaffen werde, dieses Level. Aber wir haben nicht aufgegeben. Was ist das? Was passiert hier? Zack. Runtersliden. Jump. Jump. Zack. Okay, jetzt muss ich nur... Haben die einen bestimmten... Gut, ich warte, dass die schießen. Oder schießen die immer random. Ich warte einfach, dass er schießt. Warte ich, dass der Dreh schießt. Und der... Jetzt nur noch einmal. Oh Gott. Okay, das muss man gut timen. Er schießt und... Yes. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Jetzt. Was... Was geht jetzt hier ab? Schießt mich nach oben? Mmh... Och. Und... Wupp. Alter. Das Level war so viel einfacher als das, was wir gerade gedaddelt haben. Also ohne Witz. Das ging ja tausendmal leichter. Zack. Da überspringe ich den. Ja. Klappt sogar. Oh ja. Wenn wir da immer... Man muss echt immer ganz geil auf der Kante landen. Dann kommt man da... Guck mal, das wird sogar ein First Try. Und rein. Geiles Ding. Oh Gott. Was ist das? Oh. Leute. Ich bin... Ich bin völlig fertig. Wenn es euch gefallen hat. Ihr Bock auf weitere solcher Level habt. Schallert gerne den Like rein. Hier ist jetzt noch der Team Paluten Kanal. Schaut gerne mal vorbei. Oh Gott. Schaut gerne mal auf Paluten.shop vorbei. Für diesen kleinen süßen Mini Paluten und vieles vieles mehr. Danke fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.